einen floschen guten tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal vor ungefähr neun monaten ist schon mal die szene hier ist mein kanal und vor neun monaten kam die letzte room tour von mir online und als ich sie von angesehen habe dachte ich mir alter fall da bei mir sieht ja schon gefühlt wie die halbe bude schon wieder umgeräumt 290 aufrufe allein von der webcam sieht man schon ja das sieht jetzt von meinem hintergrund schon wieder viel anders aus und wenn ich durch das ganze video durch gibt allein schon mein schreibtisch setup hier ist auch schon wieder gefühlt die eigentlich komplett wieder umgeräumt deshalb habe ich eine neue setup tour beziehungsweise neuen tour für euch gemacht und ja ich würde sagen wir switchen einmal rüber in mein handy wir fangen wie jede room tour bei der tür an und ich werde schon mal voraussagen ich habe sich etwas geändert von der letzten room tour einiges würde ich behaupten aber dennoch nicht alles wir fangen ja wie immer rechts neben der tür an wenn man reinkommt da steht jetzt ich mir dieses kleine ja keine ahnung egal was war sondern hier habe ich mir jetzt einen kleiderschrank zugelegt der exakt hier rein passt also aber ich weiß nicht es liegt wahrscheinlich an den möbeln dass hier noch so ein spalt offen ist und da unten nicht jedoch passt der schrank hier exakt rein und von daher passt das für mich ich finde den auf jeden fall super da oben habe ich ja mein logitech lenkrad das ist das die 923 trueforce ich weiß nicht ganz genau je nachdem was ihr für was euch interessiert ich hau die ganzen links in die beschreibung danach ja kupplung und die pedal natürlich noch hinten laufen noch die led streifen lang die sieht man aber natürlich logischerweise von vorne nicht ja dann haben wir hier ja die neue kommode die von mir ist jahre von mir aus gesehen nicht mehr so neues sondern er vom letzten video aus gesehen neues hier haben wir dann darüber über der kommode ja habe ich hier ein paar boxen die csi boxen bin ich ja bekanntlicherweise ein fan von den csi serien habe ich mir jetzt alle boxen inklusive der limitierten box holt und hier die zwei regale hier habe ich das auto von der box aber von der anderen gibt kein auto deswegen ist das noch leer da weiß ich eben noch nicht weil sie rein machen wollen hier steht so ein kleine batman komplett box und hier haben wir ja so eine die vom pixel glaube ich heißt es gibt es für 50 oder 55 euro auf amazon ist ein preis aber dafür kann das ding sehr viel und ich bereue es nicht gekauft zu haben nur ich finde es jetzt bisschen es gibt das ding noch mal doppelt so teurer und in doppelte auflösung aber ich werde das ding höchstwahrscheinlich nicht auswechseln darüber haben wir immer noch die uhr die led uhr und mit der bin ich auch zufrieden die sieht super aus auch zum zimmer und hier sind natürlich überall die led strips verbaut hier habe ich das ist kürzlich erweitert hier haben wir jetzt ein deko regal da steht ganz oben zubehör von der switch der limitierten version dass die mario blau rot variante dann hier unten noch so eine playstation 3 slim hier haben wir die etwas seltene version die sony psx und daneben die playstation 1 hier habe ich weiß ich was brauche kabel aller art also hier ist echt von einem was dabei wenn ich was brauche finde ich es auch meistens und hier unten ja ist eigentlich krimskraut ein bisschen werkzeug zollstock dann ja gut habe ich zwei mal bestellt weil es internet abgekackt ist haben wir im endeffekt nie gebraucht weil wir es nicht verbauen konnten ja soviel dazu hier ist eigentlich bis jetzt nur unwichtiges zeug drin hier ist jetzt noch power bank alles mögliche stecker und so weiter drin hier habe ich noch paar usb also von denen habe ich wirklich genug hier unten habe ich noch paar kartons eine leiste falls ich mal was brauchte brauche ja alles mögliche so ziemlich hier oben habe ich kabelbinder da gebe ich eigentlich so gut wie alles auf und ja diese plastikbehälter oder auch klettverschlüsse weil sich alles auf man weiß ja nie was man mal brauchen kann dann kommt hier meine bluetooth box mit der kann man sich auch wie gesagt per bluetooth verbinden radio abspielen alles mögliche hat auch led funktion von von daher hier unten ist meine kleidung drin und hier habe ich jetzt mal mir ja so dämmstoff ja ich weiß nicht ganz genau wie es heißt aber da ist halt das heizungsrohr das weiße heftige eingepackt das sieht jetzt halt viel besser aus und hier unten ist noch so ein kabelkanal da führt etliches lang kabel vom internet usb aufladegeräte alles mögliche zeige ich euch auch gleich hier habe ich wenn man mal hier rein fest habe ich hier etwas platziert und zwar ein usb lan kabel wo vieles da ist wenn mal mein bruder später immer und da packen wir dann den laptop hin und damit er übers internet spielen kann habe ich das hier eben so versteckt das kann man noch rausziehen und dann halt mit dem laptop verbinden das hier ist abgegangen ich habe bis jetzt hatte ich jetzt auch keinen bock mich darum zu kümmern hier ist eben die heizung und da kann man eben gut auch kabel durchführen die sieht man im normalfall dann eher nicht so hier ist mein bett da schlafe ich jede nacht und das natürlich hier alles sehr blau gehalten und hier haben wir jetzt auch ein neues regal unten mit einem lucky block der limitierten knossi funko pop figur und hier das backforce kissen dahinter ist noch eine philips you go in der zweiten version und hier oben haben wir die specknen licht die playstation lampe und das game over schild und jeweils darauf noch mal die harry potter patronen ich hoffe ich hoffe das ist die mehrzahl halt als deko und hier unten hier ist an sich noch ein wecker und eine uhrzeit aber das ist gerade aus ich habe eine steckdosenleiste bestellt aber was ich bekommen habe ist irgendein stecker mit übersprangenschutz was ich überhaupt nicht bestellt habe ist dem entspringend wieder zurückgegangen hier haben wir noch paar deko glüschköpfe und dann wo ich den ja wenn ich fertig mit gaming bin etc über den tag lege ich mich natürlich in mein bett und schaue mir irgendeinen film oder eine serie an was ich in letzter zeit nicht mehr gemacht habe hier unten ist ja noch ein regal mit der switch ja die habe ich in letzter zeit eigentlich gar nicht mehr angerührt spiele ich auch sehr selten über dem monitor ist mein eigenes logo das sollte man inzwischen eigentlich schon kennen habe ich ja im video bereits gemacht und die kabelkanäle habe ich auch erneut das sind jetzt dickere und die habe ich jetzt auch gerade positioniert damit das auch ein bisschen besser aussieht hier musste ich natürlich das signal von der led lampe freilassen damit ich auch die farbe dementsprechend ändern konnte und hier gehen ja paar kabel lang die sieht man von vorne logischerweise nicht und jetzt muss ich euch mal was zeigen der andere handwerker denn der messende pro ihr seht diesen kleinen spalt der dann noch zum regal luft hat ja ich würde sagen exakt ausgemessen auf den millimeter das passt dementsprechend alles sehr gut so rein als wäre es hier maßgeschneidert gut dann kommen wir auch schon zu meinem setup ja da wo ich die meiste zeit verbringe darüber hängt ein fünfteiliges bild vom weltall und hier kommen wir auch schon zu meinem gamingstuhl das ist bis jetzt der beste den ich getestet habe und zwar ist das der backforce oneplus der ist natürlich auch mit meinen initialien bestickt und hinten haben wir noch die backforce lampe die kann man auch leuchten flackernd da geht sie aus und wieder an oder eben auch ausmachen ein sehr guter stuhl kann ich nur empfehlen ist aber dementsprechend auch teuer hier haben wir drei mal dieser monitore das sind philips 32 zoll curve monitore mit qhd der hier ist auch von philips hat 43 zoll und 4k da läuft gerade noch silvester weil es gerade erst der januar ist und darunter habe ich mein mischpult das mit der audio geschichte kann ich mal kurz zusammenfassen weil ich weiß inzwischen selbst ist ja so ganz wie es eigentlich funktioniert also im groben schon aber hier habe ich dreimal dieselben bildschirm hier spiele ich immer da läuft mein aufnahmeprogramm und da dann irgend noch ein browser und hier oben ist mein webcam das ist die logitech prio hier noch ein mikro nebenan das heißt bis jetzt nur nicht gebraucht so ja sagen wir einfach mal hier noch mal mit der tastatur an dass immer noch die line cars lk 15 ich weiß nicht wie es funktioniert ich habe die für 30 30 euro glaube ich gekauft und die wurde jetzt gebraucht für 70 euro da so gehandelt ich weiß nicht wie das funktioniert aber so ist es nun mal hier habe ich meinen gaming maus das ist so eine 12 euro maus von amazon funktioniert einwandfrei läuft auch super mit doppelklick funktion und hier noch diesen tasten wie ich eigentlich ja die benutze eigentlich fast nie da mein maus per das habe ich auch schon lange hier unten habe ich noch von die wo so eine kleine ja eben das was ich auch vorhin gezeigt habe nur noch ein kleiner das passt hier gut rein hier unten habe ich vor so ein elektro kamien einzubauen das habe ich habe das schon einen sehr schicken der passt auch von die maßen hier rein muss ich mal schauen wann ich mir den zu lege und hier neben dem schreibtisch steht auch mein gaming pc und hier noch die halterung für mein lenkrad et cetera hier das mit dem kabel muss noch ein bisschen schauen wie ich das ordentlich mache hier habe ich noch eine batterie ladestation dies auch erst so kurz hin dazu gekommen doch kann ich halt batterien wieder neu aufladen und hier im schrank haben wir eben paar deko ja dekorations sachen verpackung meine grafikkarte hier noch so led schild hier oben das heißt zu weihnachten willkommen von meiner schwester das auch ein zusammen gepuzzelt ist ihr 3d puzzle das passt auch hier gut mit dem 3d 3d mit dem wallpaper bild als zusammen deswegen habe ich hier oben hingestellt dass das mit batterien deswegen habe ich mir eben auch dazu das bestellt gut kommen wir zu audio mein mikrofon profi mikrofonschuhe sm7b sollte eigentlich jeder kennen das hat gefühlt jeder zweite streamer und youtuber ist halt ein tores mikrofon aber ich finde es ist eigentlich mein traum mikrofon ich finde es einfach nur geil es macht alles was ich brauche und was ich will gut was ich will nicht immer aber meistens hier noch ein fett hat angeschlossen damit das signal verstärkt wird dann an einem road arm dann geht das hier mit an ein längeres xlr kabel das geht dann hinter den schreibtisch dann müsste das wenn ich mich nicht täusche in dieses dbx286s gehen dort tue ich dann die phantom spannung einstellen normalerweise zu den aufnahmen tue ich nur die phantom spannung anmachen damit mein mikrofon ja energie strom bekommt das hier kann man auch einstellen aber das nutze ich meistens nicht dann geht das signal noch mal in durch eine kleine die box glaube ich heißt sie damit störgeräusche rausgefiltert werden und dann in mein mischpult hier kann ich halt die lautstärke einstellen und auf welchem kanal ich was habe da sind bis jetzt zwei okay das habe ich verdeckt zwei xlr stecker und dann noch sonst was für stecker drin aber die benutze ich aktuell nicht dann hier halt alles zum mixen habe ich dem entsprechend eingestellt und vom mischpult geht das dann ganz in den pc wo das dann halt in meinem aufnahmeprogramm ankommt dann habe ich hier noch lautsprecher habe ich in letzter zeit nicht benutzt da benutze ich eher dann die fetten da oben das sind auf jeden fall sehr gute mikrofon äh mikrofone lautsprecher die sind aber eigentlich tv lautsprecher deswegen gehen hier auch noch mal kabel lang die dann schlussendlich hier ankommen in diesem ja hi-fi verstärker da kann ich dann hier dementsprechend einstellen wie laut die sein sollen mit bluetooth kann ich das auch verbinden an aus bass treble cd tuner mp3 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 und hier noch der alte vorverstärker den habe ich erstmal hier stehen lassen falls ich den noch mal benötige ist aber bis jetzt nicht mehr der fall gewesen hier habe ich noch ein zweites kleines mischpult ich habe ja bekanntlicherweise ein internetradio das heißt radio mix und das benutze ich dann wenn ich mal live gehen sollte da habe ich in letzter zeit aber auch nicht mehr getan weil ich dazu einfach keine zeit mehr hatte hier über dem linker monitor habe ich noch mein altes handy sag ich mal recycelt da läuft dann immer zum beispiel läuft da gerade dieser hintergrund oder sonst irgendwas anderes zu weihnachten lief da immer der kamin damit hier schön warm ist und an sich wärs das auch gewesen hier nehme ich immer meine videos auf verbringen die meiste zeit des tages auch hier und dann tue ich zum beispiel hier wie zum beispiel gerade minecraft offen stehe ich gerade afk es gab leider noch kein money drop schade schokolade dementsprechend wärs das auch mit diesem video gewesen wenn es euch gefallen hat lasst gerne eine positive bewertung da und ja abonnieren glocke aktivieren gerne kommentieren wie ihr das immer findet und auch gerne verbesserungsvorschläge ansonsten sehen wir uns bei einem neuen video haut rein und schau leute von 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 von